Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt halbwegs gute Nachrichten vom Trainingsplatz über das Personal-Update, denn Thomas Ovian konnte gestern einen ersten Teil des Spielersatz-Trainings beim Vormittagstraining komplett mitmachen. Danach hat er noch individuell trainiert und ist auch noch ein paar Runden um Platz gelaufen. Das hat Sport1 berichtet und zumindest natürlich da die große Frage, wann kehrt denn nun unser linker Verteidiger endlich wieder zurück? Und natürlich ist die Hoffnung da, dass das gegen Sandhausen der Fall sein könnte. Heute hat die Mannschaft wie gewohnt nach dem Spiel nochmal Trainings frei und dann ab morgen gilt die volle Vorbereitung auf das Außenspiel in Sandhausen und bis dahin hat eben auch noch Thomas Ovian Zeit komplett fit zu werden. Ich denke mal, wir sind uns schon alle einig, dass es extrem wichtig wäre, wenn der Holländer wieder zurück wäre als linker Verteidiger, als Standardschütze, als Offensivwaffe natürlich auch mit seinen Flanken und somit ist natürlich die Hoffnung da, dass er auch bald wieder da ist und bislang hieß es ja immer und immer wieder und das schon seit einigen Wochen von Mike Büskins ja auch, an sich könnte er schon spielen. Man muss aber das Risiko abwägen, ob man das Risiko eingehen möchte, um dann vielleicht das Risiko eben auch einzugehen, dass er sich nochmal verletzen wird. Und ich denke mal, durch das Spiel gegen Bremen sind wir gegen Sandhausers recht gefordert, ist es jetzt auch Zeit, das Risiko, wenn es noch besteht, einzugehen und im besten Falle Thomas Ovian aufbieten zu können. Ich denke mal, die Option ist sicherlich da. Deswegen gut, dass er zumindest noch schon mal ein Teil vom Spielersatztraining mitmachen konnte. Natürlich war das jetzt auch nicht das Megatraining und er braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit, aber bis Freitag kann man das, glaube ich, schon noch hinbekommen und es wäre, glaube ich, unglaublich wichtig. Eure Meinung zu Thomas Ovian mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!